Ja, und hallo zu einer neuen Folge von Left4Dead. Wieder dabei der Smoker. Servus. Und der Roro. Halleschön. Und Louis ist auch da. Ja, was denn? Bleibt mal gut. Was zum Teufel tust du, Freikisch? Das war echt so klar, weißt du. Ist das da wohl heftig. Lernen nach! Fick. Lernen nach! Nur vorbeigehe, ne? Batschtot. Munition! Lernen nach! Lernen nach! Beide! Lernen nach! Focke! Oh hey. Ja wohin? Aus dem Wald? Haha. …Sagt noch mal wie du hinziehen!? ich hab hier noch ein paar zoll nur noch neun färbschen reserve und 50 ist noch magazin jetzt dann benutzt mal die pistole ein bisschen darauf wird es hinauslaufen tschüss fall nicht so geil noch das charakter sagt er passt auf wo er hinschießt und der schießt genau gegen boomer wo der davor steht nicht an die wand schießt raus aus meinem haus schlafen die sauer hat uns die scheibe kaputt gemacht also muss wieder mit geschütz oder ganz gut funktionieren ich gebe die rückendeckung steht wieder irgendwo anders so wie ich komme dann nicht weiter nach links mit dem geschütz auch unten schon wieder alles klein holz ist ja auch klar weil luis da unten steht oh toll die tür hier ist ganz weg hat luis was da rausgekickt war keine ahnung tank tank da hat frisch gut ich hab keine ahnung wie die abgenommen drauf wieso sind hier schon wieder alle tot extra der pfeil oh nein nein rettet dich wo bist du hinter euch also hier ist irgendwo ein hunter ja schön super genau wenn ich auf den runde gehe und zu suchen ich wollte gerade fragen kommst du auf die idee zu schießen roher ja was denkst du was ich die ganze Zeit gemacht habe ich muss schon wieder heilen ich muss schon wieder heilen ey geht gar nicht ich sehe nicht da hinten das baum getroffen nein da muss auch noch in die andere Richtung laufen das Arschloch jetzt habe ich ihn oh das biech ist auch der war geil ich weiß nicht die Teile außer den Rohr kriegt ins Gesicht da ist schmutter ich schmutter schmutter ich schmutter hallo 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 ist das tot? ja geh prog schnell auf geh auf und geh weiter ach komm die haben dich verfälscht auf und geh weiter hallo was du unseres beste reichen Deckung bitte ich muss runter und einen Bein HANDER HANDER IM HOUS HANDER TOT HANDER TOD HANDER TOD HANDER TOD HANDER OS jeune HANDER TOD HANDER TOD ich versuche dich zu begleiten ich komme mit wieso wieso die zeitgeist alle zusammenbleiben, mach ich stark hinter mir, oh da Da müsstest du doch auch bald kommen, oder? Ist irgendwo so ein Smoker? Und noch irgendwas? Ja, vorne, vor der Tür. Der ist schon tot. Boah! Hey! Oh, Alter! Oh, Alter! Jetzt rennt der durchs Feuer! Heil dich schnell, heil dich schnell! Das Boot kommt! Los! Los jetzt, das Boot! Funder! Ich, halt! Oh, Alter! Los, los! Das Boot ist da, das Boot ist da! Alter, der Witz hier könnte, der hat jetzt gerade voll in der Arsch in der Der ist wieder aus dem Boot geklitscht. Alter. Das war so wies. Die überleben konnten. Und das geile ist, wir haben es wieder alle geschafft, selbst ein PC. Seltsamerweise. Was? Null Todesfälle? Wow. Ja. Kann man gar nicht hinhauen. Verbraucht das Verbandszeug? Cool. Wie angesprochen, ne? Ja, ja. Schmerzwittel ich mal wieder. Pipebombs? Jawoll. Malt of Cocktails? Ich bitte drum. Alter, ganz knapp mit Luis. Zwölf Boomer, Alter. Acht Smoker. Hat er am wenigsten Schaden erlitten? Jawoll, ja. Hat die Wutsch am meisten gestört? Yes. So muss das. Hat die meisten Verbündeten wieder mit denen? Aber hallo. Hören wir zwei, ne? Ja. Kopfschüsse, Prozentsatz aller Treffer. Na lecker. Der Luis, der hat mal wieder Aimbot angehabt. Aimboten kann jeder Penner. Mindestens. Ja, fast 2000. Fast. Fast. War geil. War geil. Oh ja. Fahrender, dein Einsatz? Ja, dein Einsatz. Ja, das war's dann mal wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen oder ein Abo. Und ansonsten, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Genau. Ciao! Tolle Kolbe! Tolle kolbe! Vielen Dank.